ja leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge day set mit ermord und mit dabei der team wulf und exani hallo ihr beiden hallo hallo und beim letzten mal der team wulf und ich an dieser burg gestorben und jetzt sind wir dabei wir wollen die jetzt zu dritt stürmen und wollen auch das schöne loot haben was es da drin gibt wir haben uns natürlich zwischendurch neu eingerüstet deswegen ihr seht dass ich eine ak hinten auf dem rücken habe so jetzt müssen wir nur noch ja ich bin ungefähr 50 meter von der burg entfernt nördlich und ihr seid ungefähr 150 meter hinter mir also kommt mal ran jetzt ja wir sind dabei wie sieht es mit dir aus team wulf weil ich guck gerade auf außen hast du außen was bemerkt ihr habt ja jetzt schon erfahrung damit man ihn hast du außen was bemerkt ob außen was los ist draußen also sehen tue ich jetzt kein wo wollt ihr denn reingehen hintereingang am wald okay dann weiß ich bescheid wie viele leute sind auf dem surfer eins zwei drei vier fünf sechs leute die wir nicht kennen und wir drei sind neun leute wer ist denn das da der da läuft ich dann ist gut warum läufst du so da geht das sehen die dich da nicht wo 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 wie die tablette schießen ich sehe dich ich sehe dich schießen die auf dich ist du ich team wulf ich bin rechts von dir am baum siehst du mich ja 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 haben die auf dich geschossen team wulf nein nein wer ist denn da an der mauer ich gut da kann man einfach hingehen ja dann komme ich da jetzt hin müssen die lichter ausmachen das ist so grell da ist keiner ich sehe ja ich bin hier in deinem baum da ist keiner kannst du das frei waren ganz hin kannst hin kannst hin kannst hin mach den bürkling da ist ein zombie der glitscht hier durch die wand ja lass den glitschen xani wo machst du dich denn hin guck hier gerade manchmal stehen hier einfach zombie äh leute an der wand dann wieder so wir müssen jetzt völlig aufpassen ja gut ihr habt ein bisschen erfahrung mit also ich habe da eigentlich weniger erfahrung ich habe st munition wechsel xani wechsel du mal deine waffe mit der headshot und macht den zombie hier weg den kriegst du mit einschlag ich habe keine headshot dann macht meister denn da oben meint sie mich ja du machst dir vorguck uns doch nicht an bleib in schuss richtung wir sind hinter dir ich sehe im moment gar nix da hinten ist einer ne ist doch schieße den ab wenn du kannst dann warte sie es wegschießen da siehst du der ist schon am wir weg zurück krabbelst schneller aber warum krabbelst du in zeitlupe ja weil ich nicht er ich blute ich habe auch ein blutpack dabei da bin ich hier mal stehen wir mal hinten durch das loch was machst du ich gehe mit dem loch ich habe doch gesagt ich verbinde dich ja gut warum höre ich fliegen ach so weißt du gut dass ich Morphium dabei habe ja einfach fliegen ja ist alles ok ja ich versuche es jetzt nochmal mit dem Typen bist du am husten lass mich hin ich habe hier ich habe ein scharfschützengewehr schallgedämpft die ballern aber hier von hinten kann keiner kommen außer ich habe einen gesehen warte mal da der ist glaube ich nicht gestorben wo hast du denn die Sachen schon wieder her ach du warst ja schon einmal drinnen war in unserem Lager ach so du hustest hol dir mal vom Teamwolf das Medikament wo ist denn der Teamwolf der ist doch am anderen Eingang ne er ist an dem Glitch da ja gut dann hat der hat der hast du Antibiotikum ja dann komme ich jetzt zu dir ja und dann kannst du dann muss ich wieder rauskommen oh nein ich komme noch rein halt 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 ruhig 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 ach da liegt er ja noch wo bist du neben dir das heißt links neben dir eine Bluttransfusion gebe ich dir mal in deinen Rucksack dann wäre es nett wenn du mir eine Bluttransfusion oh jetzt hustet jetzt verratet er hier mein Dingeln ey das ist er nicht wahrendet ich kann mal nicht mehr ach hör auf zu heulen so pass auf bleib ruhig und guck nach da hin in das Loch rein wenn da einer kommt damit du sofort schießen kannst du musst mich jetzt decken weil ich dir jetzt irgendwas in deinen Sack reintue da wird schon wieder geschossen so ich tue dir jetzt ein Antibiotika in deinen Rucksack und dann nimmst du das und dann haust du hier ab hier kannst du mir noch ein Blut geben ach Blut hast du schon gegeben ja aber selbstverständlich ach du bist so gut zu mir ja jetzt verschwinde und nun huste woanders rum aber Antibiotika habe ich nicht drin noch in dein Rucksack ach so warte ganz kurz tatsächlich super du bist so gut zu mir weißt du das ja du kannst das andere Ende nehmen vom Tor Xane ist doch da links und du gehst rechts und ich nehme hier die Mitte so jetzt muss ich aufpassen wo der Typ hier ist du meinst das Haupteingang komm du mal zum Hintereingang komm du zum Hintereingang Alf ich geh zum Vordereingang du siehst wie ich aussehe ja ich hab doch gesagt ich geh zum Vordereingang du wolltest schon schießen ne so schnell bin ich nicht das wäre ja echt geil wenn wir hier jetzt echt mal was hinkriegen würden ohne zu sterben stell sowas nicht in Frage wir kriegen das locker hin ach ja noch einmal Licht ausgemacht und noch einmal Licht ausgemacht wie macht man was aus? dann steht da mir gutt man eine Feier aus ja oh was war das? weiß ich nicht ey dieses Zombiegestein der geht mir auf den Sack da ist einer an dem Zelt drin aber kein Mensch man könnte denken ey der schießt einfach so das ist Spaß ich seh keinen ey ich seh einfach keinen ich hab auch keinen gesehen und der hat mich umgeschossen aber ich lebe noch ich bin aber auch so dämlich weißt du das kotzt mich schon wieder an hoffentlich geht der schwarze Balken mal schneller runter dass ich mich wenigstens noch verbinden kann mein Gott bin ich doof oh Mann man muss bis hier um die Ecken gucken kann es nicht so leicht hier nicht reinrennen das Ding ist erst halb gut ich verliere nicht so schnell Blut das seh ich gerade Blut geht eigentlich also noch hab ich Blut also solange wie ich noch Blut habe sterbe ich nicht ich seh keinen ich seh keinen hallo vom Haupteingang ich seh keinen ja aber die das ist doch nicht normal was ist das? wo hab ich mich jetzt ich hab ein Team gelesen ja ja ich bin jetzt hat er es gleich geschafft gleich bin ich wieder am Leben also ich bin jetzt hier an den großen Zelten das erste Zelt hinten an dem Tor nee jetzt hat er mich ach Mann ey ja weil ich genau wieder da wach geworden bin da hat er mich so ordentlich gesehen ach so ein Arschloch ja vielleicht Sponsor wieder in Kamenka ja ich probier's so Leute so geht das so geht das verdammt da könnte man echt na aber ich sag ja gar nichts also ich seh ich seh aber auch kein kein Dings ich ich hab sogar verlangen ich hab sogar verlangen das Feuer da auszumachen ey mach doch ja aber Ballotta bin ich sehr gut ist ja fast da dann geh mal in die in die Baracke rein guck ob du Loot findest aber du hast keine Nachtsicht ne mein Skin ist auch scheiße aber ist egal nein ich renne direkt da hoch ich versuche an meine Leiche zu kommen und dann dann hab ich ja alles wieder verstehst du ich weiß nicht ich weiß nicht er hat wahrscheinlich ein DC Disconnect User in your channel timed out der hat eine automatische Trennung hat da drinnen das wie die da rumschießen Granate genau Kompass im Westen jawohl wie lange braucht man von Ballotta ungefähr und wo wirst du eigentlich immer abgeschossen wenn ich ja beim Hintereingang bin ja der ist rechts rechts ist der Typ also ne Torbogen und dann rechts und zwar nicht bei dem Turm sondern noch weiter rechts ach da ja ja ich seh's mach ne kalt mach ne kalt für mich bist du da jetzt oder was ja aber bitte lass meine Leiche in Ruhe ich hol mir die selber bei Kamishowu kann ich ja eigentlich direkt nach oben gehen dann ja so geht das das war Dummheit von mir ich hab den aber auch zu spät gesehen der ist auch so ein bisschen vielleicht sollte ich mich mal hinlegen das wäre vielleicht scheiße weißt du ich schieß den ab ich schieß den ab meine Schüsse gehen gegen die Wand und er trifft mich ach ne ne was ist denn das sind das zu weite Ecken oder was also ich hatte auch vorhin wo du noch mit mir zusammen da warst da hab ich den auch beschossen das weiß ich ganz genau ich bin aber nicht tot ja das hat ja aber aber wenn du ungünstig liest sieht er dich sofort wieder wenn du dich bewegst krieg ich erstmal zurück um dich dann zu verbinden ja jetzt hat er mich der schießt durch die Wand man ich glaub es nicht ich hätte es aufnehmen sollen jetzt der hat durch die Wand geschossen durch die Wand was ist denn das ich fange dir jetzt auch schon an zu hacken oder was wer denn da ist Leute da durch die Wand ey Wand wie geht denn das und wieder ja Krutoy Cup das ist scheiße aber du hast auch noch so einen tollen Sniper da ne ich geh da eh wieder hin und hol das ja das ist immer diese diese Versuchung ne immer wieder da hin zu kommen um seine Leiche zu haben also ich bin jetzt auf der Straße wo wir mit dem Auto hochgefahren sind Bonn natürlich wieder mal im großen nichts ja das dumme ist ich hab wieder so ein scheiß Skin aber gut bis morgen hast du das ja hingekriegt ne mit dem Skin ja bis morgen ist er da ja dann werde ich mich morgen nochmal töten lassen oder so oder ich werde mit Sicherheit nochmal weil Spieler nie tragen muss verliert auch die Verbindung guck dir das an oh der Teamwulf ist wieder da hast du eine automatische Trennung gehabt oh jetzt hat er sein Headset und Batterie alle ja 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 meine Verbindung ist hier gerade abgebrochen er hat eine automatische Trennung vom Internet gehabt ne ja das haben wir uns schon gedacht und wie sieht es aus ja ich bin gleich wieder da bist du noch da oder warst du gestorben also ich bin gestorben ja Timwulf Timwulf geh mal zum Hintereingang das sind zwei Stück um die Ecke da ist ein Gilly Typ der steht der steht an diesem Container du weißt welchen ich meine ja beim Hintereingang nicht draußen sondern drinnen der Container der steht da also der ist im Container drin ne der ist am Container also am Container ja am rechten Ende und dann steht noch einer rechts am Lagerfeuer klar dann Vielen Dank.